Norddeutscher Rundfunk 2021 Okay Leute, hier kommen wir rein in den Laden. Wir können nicht einfach so rein spazieren. Und warum nicht? In den Klamotten, damit fällst du doch sofort auf. Hier. Ich soll einen Anzug tragen? Im Sommer? Weißt du, wie warm das wird? Mach dir keine Sorgen. Die Räume sind klimatisiert. Sommer wie Winter. Immer angenehm 21 Grad. Okay. Angenommen, wir schaffen es in die Bank. Und angenommen, wir schaffen es in den Mitarbeiterbereich. Was dann? Ich bin echt kein Rechengenie. Wie soll ich das alles machen, ohne dass es jemand bemerkt? Hör zu. Alles zum Rechnen gelesen lernst du da doch. Mach dir da keine Sorgen. Und das ist auch überhaupt nicht mit Mathe in der Schule zu vergleichen. Okay. Klingt gut. Ist machbar. Eine Sache ist da noch. Ihr werdet die brauchen. Damit man euch als Mitarbeiter erkennt. Alles klar. So kommt man in die Bank. Na Leute? Was hab ich euch gesagt? Wir haben es geschafft. Wir sind in der Sparkasse Zellige von Wolfsburg. Los geht's. Du dachtest, wir waren die Bank überfallen. Ich wusste von Anfang an, dass es um eine Ausbildung geht. Das musst du gar nicht.